Ausgabe vor dem Gericht, heute mit meinem Mandanten, dem Till. Und zwar saß Till am Freitag in Düsseldorf vor dem Gericht. Wir hatten auch schon eine vorherige Sache in Köln, die dann eingestellt worden ist. Und hier ging es wohl darum, ich war nicht mit dabei, sondern der Kollege Lohber hat ihn da vertreten, weil ich parallel in Köln mit Bianca war. Und von daher jetzt der Bericht aus Düsseldorf, wo Till bei einer Demo irgendwie ein Schild abgerissen haben soll. Aber keiner wusste wohl irgendwie, wo und wie viel und was. Vielleicht kannst du das nochmal selber erzählen, mein Lieber. Ja, mir wurde vorgeworfen, dass ich ein oder mehrere Maskenpflichtschilder während einer Demo vor zwei Jahren runtergerissen habe. Aber die beiden Polizistinnen, die hintereinander vernommen wurden im Gerichtssaal, haben da widersprüchliche Angaben gemacht. Die konnten nicht genau sagen, wo ist es gewesen? Ist das mehr in der Altstadt gewesen? Ist es eine reine Uferpromenade? Die eine hat so gesagt, die andere so. Der eine sagte, wir sind bis hierhin zusammengelaufen. Dann wurde die Hundertschaft verständigt. Die andere hat es ein bisschen anders gesagt. Der eine sagte, man hat mich nur vom Hinterkopf gesehen. Aber angeblich hätte ich mich beim Herunterreißen etwas gedreht. Also man konnte nicht zweifelsfrei feststellen, ob ich die Plakate wirklich runtergerissen habe. Und man wusste auch gar nichts über den Zustand und den Verbleib der Plakate. Also man sagte, man weiß gar nicht, sind die zerstört gewesen? Weil es ist ein Unterschied, ob ein Plakat einfach auf dem Boden liegt und ein Kabelbinder durchtrennt wurde oder ob das in Einzelteile zerfetzt wurde. Also wirklich physisch zerstört oder entwendet wurde. Und dazu konnten gar keine Angaben gemacht werden. Also das konnte nicht festgestellt werden. Ja genau, Sachbeschädigung war ja der Vorwurf 303 StGB. Das heißt, da muss eine Zerstörung vorgefallen sein. Was du aber gemacht hattest und was du ja auch eingestanden hattest, ist, du hast ja einen Aufkleber, so einen Lauterbach-TÜV, glaube ich, auf den Polizeiwagen geklebt mal in Düsseldorf. Richtig, genau. Und deshalb sind die auf mich aufmerksam geworden. Das Ganze hat man aber fallen gelassen, da das ja keine Sachbeschädigung ist und man die Sticker abzählen kann. Außerdem habe ich denen ja als Täter-Opfer-Ausgleich angeboten, einen Kasten Füchschenalt für das Abziehen der Sticker als Aufwandsentschädigung. Aber darauf wollten sie nicht eingehen. Ja, das Füchschenalt haben sie da nicht angenommen. Vielleicht fühlte man sich dann bestochen oder so, aber der Timmer hat ja guten Humor. Und auch das war ja zunächst in der Anklage drin. Und das ist schon erstaunlich, dass ich dann im Gericht erklären muss, dass das natürlich keine Sachbeschädigung ist so ein Sticker, den man wieder abziehen kann. Und eine Autowäsche hat das so obendrauf gegeben als Vorschlag. Das ließ man dann fallen. Das heißt, ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Wir haben eine angebliche Sachbeschädigung in einem Schild. Keiner weiß, was das für ein Schild gewesen ist, ob es ein offizielles Schild ist, sonst was. Man wusste auch nicht mal den Tatort. Man hat dich nur von hinten angeblich gesehen, konnte dich nicht identifizieren. Aber man wusste auf jeden Fall, dass du schuldig bist. Da habe ich das richtig zusammengefasst. Naja, die beiden Polizisten sagten natürlich, dass sie mich zweifelsfrei nach den zwei Jahren noch ganz klar identifizieren können. Ja, Moment, eben hast du erzählt, die hätte dich angeblich nur von hinten gesehen. Ja, schwammige Aussage. So beim Tathergang von hinten dann doch irgendwie. Aber letzten Endes bei der abschließenden Frage der Richterin, ob die mich zweifelsfrei erkennen können, da sagen die dann natürlich ja. Ist ja klar. Ja, so hatten wir es ja in Köln auch. Da waren wir ja in der Berufungsverhandlung am Freitag mit der Bianca, wo dann ein Polizist, der vor einigen Wochen beim Amtsgericht noch gesagt, eine andere Aussage gemacht hatte, der war dann felsenfest jetzt davon überzeugt, dass die Bianca irgendwelche Polizisten beleidigt hätte und hat sich dann auch widersprochen und gesagt, das Protokoll vom Amtsgericht muss dann falsch sein. Ja, also ich würde dann eher sagen, er hat gelogen. Das Ganze hatte natürlich einen Vorlauf, weil die Verhandlung hat Ewigkeiten jetzt gedauert, bis es dann mal zum Mündlichen kam, weil wir waren ja auch schon gemeinsam in Düsseldorf. Und dort habe ich dann gebeten, dass die Zeugen ihre Maske ausziehen, damit man eben sehen kann, ob jemand lügt, auch die Mimik und so weiter. Das wurde ja von der Richterin dann, ja, wie soll ich sagen, also nicht verboten, also so gestattet, dass sie die anbehalten können. Und auf die Frage, ob sie die im Supermarkt denn anhaben würden, meinte die Richterin, da brauchst du nicht drauf zu antworten. Also man wollte sich wohl offensichtlich hinter dieser Maske verstecken. Eine sehr junge Richterin, wo ich dann eben auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde gemacht habe. Und ja, hatten wir auch wieder so eine nette Staatsanwältin mit so bunten Haaren oder so. Das kenne ich auch aus Düsseldorf. Oder wie war denn die Besetzung? Wir hatten einen jungen Staatsanwalt, auch frisch von der Uni noch in der Ausbildung. Und die Richterin ist eben karrieregeil und hat ordentlich ihren Amtsschimmel geritten. Ja gut, das ist jetzt natürlich eine Einschätzung. Das kann man so sagen. Das ist eine persönliche Meinung. Und ich finde es aber auch bedingt. Gesinnungsurteil gewesen. Bitte? Man kann es klar sagen, dass das ein Gesinnungsurteil war. Und ja, alle Leute, die gegen Corona-Maßnahmen sind und diese Pandemie verurteilt haben, die sind die Sündenböcke. Und in dem Fall möchte man von seiner Meinung natürlich nicht abweichen. Genau. Also ich wiederhole das nochmal. Die Richterin, die dann eben zulässt, obwohl keine Maskenpflicht mehr besteht, dass jemand eine Maske anbehält bei einer Aussage, was ja nach dem Gesetz verboten ist. Sie glaubt dann Zeugen, die jemand nach zwei Jahren angeblich dann wiedererkennen können, obwohl sie selber sagen, wir haben den Wender nur von hinten gesehen. Sie wissen nicht den Tatort. Und der entscheidende Punkt ist das zerstörte Schild, wo wir auch nicht wissen, in welchem Eigentum es steht. Weil das ist ja nun auch entscheidend bei einer Sachbeschädigung. Eine Sachbeschädigung wem gegenüber? Es könnte ja auch ein Kinderbild gewesen sein oder so etwas. Also das Schild ist gar nicht gefunden. Und ob das zerstört wurde, weiß auch keiner. Was man allerdings wusste ist, der Till muss irgendwas gemacht haben. Und dann frage ich mich überhaupt, warum er da noch Jura studiert, wenn man einfach sagt, der muss es ja irgendwie gewesen sein. Wir haben zwar keine Belege. Wir wissen nicht genau, ob er es ist. Wir haben das Objekt überhaupt nicht. Aber er ist auf jeden Fall, er ist ja Querdenker. Also wie heute wird er so bezeichnet. Also muss er ja schuld sein. Kann man das so vielleicht zusammenfassen. Das kann man so sagen, definitiv. Genau. Also dann würde ich sagen, gehen wir da auch in die Berufung in der Hoffnung, dass da eine bessere Kammer dann mal zustande kommt. In Köln hatte ich ja jetzt am Freitag in dem Parallelverfahren mit Bianca da nicht besonders viel Glück, muss ich sagen. Im Gegenteil, hat man das Urteil bestätigt. Dann möchte ich mal zum Strafmaß kommen. Man meinte ja, Bianca habe jetzt drei Polizisten, die sich angesprochen fühlten. Sie wurden zwar nicht persönlich angesprochen, aber sie fühlten sich jedenfalls beleidigt. Also das ist ja immer so wie beim Lotto. Da fühlt man sich auch schon als Gewinner, wenn man nur den Tippschein ausgefüllt hat. Also das reicht dann eben. Und da hat sie dann insgesamt 20 Tagessätze bekommen. Ich sage mal, wenn das jetzt stimmen würde, was natürlich Unsinn ist, aber es wurde ja so entschieden, dann haben wir es ja dreifache Beamtenbeleidigungen mit Zugehörigkeit zur SS. Müsste man ja eine Gesamtstrafe bilden. Da frage ich mich, wie kommt die zustande? Vielleicht dreimal 10 Tagessätze, 30 und dann Rabatt 10 abgezogen, sind wir bei 20 Tagessätzen. In meinen Augen eine sehr milde Strafe. Weißt du, wie mir das vorkommt, Till? Das kommt mir so vor. Man will ja jetzt jemanden verurteilen, aber so richtig eine Strafe will ich dem nicht geben. Weil wenn jetzt Beamte so schwer als SS-Mitglieder beleidigt worden sind, da hätte ich da eher von 120 Tagessätzen geredet, anstatt von 20. Wie war denn die Strafe da bei dir? Was ist denn da rausgekommen, wie viele Tagessätze? Bei mir waren es 40 Tagessätze, 40 Euro. Und man sagte noch, Strafmildern kommt hinzu, dass gemäß Bundeszentralregisterauskunft ich nichts auf dem Kerbholz habe. Ich hatte auch keine Angabe zu Gehalt etc. gemacht. Und da meinten die dann, ja, wahrscheinlich bin ich eher im unteren Gehaltsbereich anzusiedeln. Ich sah wahrscheinlich ziemlich ärmlich aus, hatte jetzt auch nicht den vietnamesischen Rolex-Blender an und wahrscheinlich zu wenig Koks unter der Nase und vielleicht noch irgendwo ein Preisschild von Primark an meinen Klamotten. Ja, bist du denn da auch mit dem Mexiko-Trikot vor Gericht erschienen oder? Nein, ganz wohl leger natürlich nicht. Nicht, nein. Das kommt von deinem Mexiko-Erlaub, glaube ich, ne? Du warst ja neulich da. Ja, genau. Gut, also das muss vielleicht nochmal, weil viele wissen das nicht, eigentlich kommt es nur auf die Tagessätze an. So und so viele Tagessätze sind entscheidende, was die Strafe anbelangt. Und der Tagessatz entscheidet sich dann eigentlich danach, was jemand verdient. So wird natürlich eine Strafe variiert. Wenn jemand viel verdient, muss er viel bezahlen. Wenn jemand wenig verdient, muss er wenig bezahlen. Das ist ja auch logisch irgendwo. Aber für die Strafzumessung und hier für das Interessante sind es dann halt nur die Tagessätze, die entscheiden. Das heißt, wir hatten jetzt in Köln am Freitag 20 Tagessätze für eine dreifache Beamtenbeleidigung mit SS-Zugehörigkeit, während ein Schild, eine Sachbeschädigung, da mit 40 Tagessätzen bestraft worden ist. Also allein das ist schon viel zu viel für ein Schild, von dem noch nicht mal jemand weiß, wem es überhaupt gehörte und wo es überhaupt ist und ob es überhaupt kaputt ist. Aber da gehen wir auf jeden Fall in die Berufung, lieber Till. Und ich denke, das werden wir schon durchkriegen. Hört sich für mich ganz gut an. Was sagt der Kollege Lohber denn dazu? Er sprach bei mir so ein bisschen vom Kindergeburtstag. Ja, das meinte er, weil die alle blutjung waren, die da im Gerichtssaal saßen. Auch die Polizistinnen alle keine Erfahrung gehabt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, in die Berufung zu gehen. Gut, was machst du jetzt aktuell? Mit Demo ist ja nicht mehr so viel. Friedensdemos, bist du auch unterwegs? Ab und zu gehe ich noch zum Montagsspaziergang, aber selten. Okay, gut. Dann bleiben wir da dran an dem Fall. Wir gehen hier auch mal wieder in die Berufung, wie so häufig, in der Hoffnung, dass es diesmal besser sein wird und dass ich nicht solche komischen Schöpfenrichter habe, wie in Köln. Der eine, der sah ein bisschen aus wie Marti Feldmann, der guckte immer in zwei Richtungen. Der andere guckte nur an die Decke. Also man hatte nie das Gefühl, dass man da jemanden überhaupt ansprechen konnte. Das war also wirklich, also das habe ich so in dem Sinne auch noch nicht erlebt, dass Richter so wie so Buddha da sitzen. Obwohl ich habe auch schon viele erlebt, die haben auch immer so, wenn ich gerät habe, so nach unten geschaut, weil ihnen eigentlich klar war, das, was sie hier machen, das ist nicht ganz so sauber. Aber sie ziehen es halt trotzdem durch. Scheißegal, wie du gesagt hast. Vielleicht für die Karriere. Da will man halt einen Querdenker oder Selberdenker nicht so davon kommen lassen. Ja, da kann er ja die Berufung gehen. Was wir da noch tun werden. Danke dir, lieber Till. Gerne. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.